Esco jetzt am Ball. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Antoine Griezmann! Phänomenal! Ohne Worte! Nun Coutinho. Jonas! Der geht daneben! Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Coutinho! Da pfeift der Freistoß. Hulk! Das Tor! Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Irgendwann, irgendwann musste ja dann einer reingehen. Sie investieren hier mehr und kommen so zu gut. Nun gucke. Da zieht er ab. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Er versucht's. Weiter gefährlich. Latte, aber die Chance lebt noch. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vor. Souverän, er hat den Ball. Da zieht er ab. Der Ball geht an den Pfosten. Und Lukas. Das müsste es sein. Hulk! Der Ball ist drin. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Und Lukas. Das müsste es sein. Hulk! Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Er verlucht's. Tolle Aktion vom Torhüter. Über die Torauslinie Ecke. Und aus der Szene könnte was... Da ist er drin. Und das war er. Der Lucky Punch. Mit der Führung im Rücken tickt die Uhr jetzt für sie runter. Und jetzt nochmal volle Konzentration. Nur noch ein Torunterschied. Und jetzt noch ein Torunterschied.